Ja hallo und ein herzliches mal zurück zu Left 4 Dead und mal wieder dabei ist der Luis Sander und das MoGott Hau den Neger! Hau den Neger! Ich geh in das halt noch weiter Viel Spaß! Alter, die Tschinke geht nicht rauf! Oh, hier sind noch viele, 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 viele Da wird's mal stehen hier! Da kommt unser Flugzeug! Gucke, guck's dir an! Ach ne, das war's Falsche! Oder? Was sah das bei euch am Flughafen aus, Fander? Äh, nicht was ich wüsste! Wollen wir runter springen? Ja, müssen wir ja! Augen zu und durch! Auf jeden Fall gut gerumst! Ich brauche kein Flugzeug dann noch, äh, oder was? Ja, wir müssen nach vorne, äh, äh, schützen! Nein, nein, kein Flugzeug! Ne, das Flugzeug! Genau, da müssen wir tanken! Oh! Oh! Da hinten gibt's keinen Tank, ey! Wir kloppt einer aufs Kreuz! Jetzt nicht mehr! Oh, bei mir! Ja! Jetzt kommen die ganze Zeit auch immer, äh, incoming und, und ne Menge Tanks, ne? Oh, warte mal, konntest du mal nicht hier drauf klettern? Ja! Ja! Was machst du denn? Du hier! Ab! Ah! Aha! Wieso komm ich nicht hoch? Nein! Du im Weg stehst! Du stehst den Weg! Vorsicht! Ups! Nups! Nups! Mh, tankt wer? Ach, kann sagen wir nicht stehen! Tankt wer? Äh, nö, ist weiter unten als ich rohro! Das ist eine weiche Sauna! Für einen Smoker! Ich bleibe einfach nicht stehen! Von links irgendwo war ein Smoker! Das Geschütze ist schon geil, aber du hast nach links nie wirklich Schussfeld. Ja, vor allen Dingen auch nein. Ups. Ich glaube, da kommt jetzt erstmal nichts mehr durch. Der war gut. Abfall, Jäger. Na, äh, wenn ihr doch alle noch weiter nach uns rausgeknallt. Eierlich war was. Na dann, hopp, hopp. Er kann doch wohl schnell tanzen. Tank, 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 tank. Da, 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 da. Ich hoffe. Bin wieder am Geschütz. Samenbricht. Von links irgendwo ein Boomer kleid. Ja, okay. 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 Ja,เค. Schi! Alter, ich bin an die Boomer nicht reingekommen. Das ist toll, aber hier auch. Das Gute ist, bis sie auf den Trocken, die hier geklettert sind, habe ich die abgenommen. Er schweige voll, wie es war. Hab ich gerade gekriegt. Keine Ahnung für was, aber okay. Ein gewisser Ansatzraum, wie es mit der geliebten Hand hat. Jetzt nicht mehr. Da müsste doch gleich voll sein. Ja, ist gleich geschafft. Ich glaube, Inten kommt auf jeden Fall noch. Ja, ist jung. Das ist auch jung. Oh, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er! Oh, genau da ist er. Oh, genau da ist er. Oh, genau da ist er. Genau. Wunderbar. Der Tod? Ja. Jo, gerade ist das haben wir gesagt. Los! Ab ins Zeugflug. Der muss noch. Nee, dass der die Klappe mal eher öffnet, das auch schlacht. Das Fremd. Da kommt sie von dahin. Ich bin im Flugzeug. Ich bin im Flugzeug. Ich bin im Flugzeug. Ich auch, ich auch, ich auch. Juhuhuhu. Oh, du Hacke. Ging doch. Ja, ich dachte nicht. Aber auch nur im Left 4 Dead 1, im Zweerlohn ist es schwer. Ja. Ja, ja. Wie die hinterherlaufen, als wir den Flug verpasst haben, ey. Oh, unerschütterlich. Oh, Roter Baron hab ich. Roter Baron ist ja für die Kampagne. Aber wofür ist es unerschütterlich? Ja, stimmt. Äh... Aber wir haben es wieder alle überlebt. Selbst Luis, ne? Ja, selbst Luis. Ich hab irgendwie das Gefühl, Left 4 Dead 1 ist einfacher als 2. Ist es irgendwie schon. Wie oft Außergefecht ist? Einmal? Oh, viermal? Oh, gut. Todesfälle war ja klar. Der Liegestirb zuerst. Verbrauchte Schmerzmittel. Ah, die Rohrbomben und die Schmerzmittel. Jawoll. Holotops. Getötete Hunter 13. Getötete Boomer 2. Alter. Smoker, ey. Hat er vieles zu Schaden erlitten? Okay, wie hab ich denn das gemacht? Das frage ich mich auch grad. Vor allen Dingen, wenn mir so auf den Rücken geschossen worden ist. Egal von wem. Hauptsächlich von Luis. Ist doch wahr. Was? 1300 Zombies? Hm. Das hatten wir schon mal besser. Im zweiten Teil dann. Auf jeden Fall. Ja. Im zweiten Teil haben wir bestimmt bei jedem Kapitel 2000. Okay. Da muss hin. Da muss hin. Da muss hin, ja. Das war's. Droh? Ich? Ja, klar. War ich? Äh. Ja, stimmt. Geil. Okay, Leute. Das war's für heute. Wenn's euch gefallen hat, dann macht ein Like oder schreibt uns in den Kommentaren. Oder abonniert uns am besten. Jo. Das war's für heute. Bis denn dann. Ciao. Ciao. Kaffee, Sterne. Tschüss. Gott sei Kaffee, Junge. Alter. Ja. Ja.